So. Es wartet noch eine goldene Mission auf jeden Fall. Wir hatten ja alle bis auf Kisara hat noch nichts mit uns gemacht. Aber vielleicht gibt es noch eine letzte, wo dann es vielleicht sogar richtig zur Sache geht. Hochzeit und so, ne? Wer weiß das schon? Sehen wir mal, was jetzt so noch ansteht hier. Wie and so, wieso schon was das da, was nicht stimmt? Ich glaube, wir haben ja alles gut gemacht. Das war's für mich, dass ich mich auch schon überrascht. Ich bin der Meinung nach, Kisara, zu sagen. Ich bin der Meinung nach, Kisara, mit der Gäste, die ich so einfach nicht so richtig auswählen kann. Ich bin der Meinung nach, dass ich mich nicht so richtig auswählen. Ich bin der Meinung nach, dass ich mich nicht so richtig auswählen. Ich glaube, dass ich das Gefühl, dass ich mich nicht mehr mit mir verletzen kann. Ich habe mich nicht mehr mit den Augenblick aufgesucht. Ich bin mir nicht mehr so glücklich, dass ich mich nicht mehr mit mir verletzen kann. Ich glaube, dass ich mich nicht mehr mit den Geigen zu kommen. Ich glaube, ich glaube, dass ich noch ein paar Jahre voran werde, aber ich glaube, dass ich die Informationen habe, was ich noch nicht? Was ist das? Was ist das, was ich noch nicht? Oh, natürlich. Ich glaube, dass ich eine Bezeichnung habe. Ich glaube, dass ich nicht mehr Informationen habe. Nein, 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 nein. Wie alt ist das wirklich so? Da geht sie sich Shion, fragt sie, willst du mich heiraten? Die Party ist schon organisiert, hast du morgen Zeit, lass, let's go. Haus ist auch schon da, können wir gleich einziehen. Alles organisiert. Sag doch, dass er das so macht. Ja, genau. Das ist ein, was das? Was ich noch nie思 mmm. Was auch noch, was ich noch nicht? Ist das nur... Ich bin sicher, dass ich mit einem Unfall der Verkaufung habe? Ja... Ja... Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, ich glaube, es ist ein Arfen-Geräusch, aber ich glaube, das ist das. Ich glaube, ich glaube, das ist das. Wait, Kisara! Ich habe mich nicht verletzt! Ich glaube, ich sage etwas, was ich? Ich glaube, ich sage es! Ich weiß nicht, wie ich die Frau wünsche. Ich weiß nicht, wie ich es so wünsche. Ich weiß nicht, dass ich diese Ausgabe wünsche. Wie... das ist das? Ich heiße, dass ich diese Ausgabe für mich haben. Ich muss mich nicht übernehmen, wenn ich meine Charaktere zu tun. Ich bin so gespannt auf das ganze Zeit. Das ist egal. Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung. Einerseits ist es wichtig. Das war das nächste Mal. So ist es wichtig. Ansonsten ... Das ist ein ganzer Geheimnis... Nein ... Ja, das ist nur ein Kind. Es gibt keine Ahnung, aber es gibt keine Ahnung. Es gibt keine Ahnung, aber es gibt keine Ahnung. Ich glaube, es gibt an die Ich glaube, es ist etwas schwierig... ...eine... ...die die魅力theit ist... ...die ist schwierig. ...Alfen ist die Gönne... ...die Wettbewerden und die Hälfte... ...die Güte... ...die Güte... ...die Güte... Das ist ein ganzes Wettbewerb. Das war's für mich. Ich habe mir das Gefühl, dass ich mir das Gefühl habe. Ich habe es nicht so gut gehört. 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 Aber warum hast du das so schnell gesagt? Ich verstehe. Ich denke, wie ein stolz und dein Herz, den es für mich ist. Ich denke, dass ich sie alle einen großen Geist zu stellen, stelle für die Welt. Ich denke, dass Sie das so einfach nicht mit ihm tragen können. Ich denke, dass Sie noch nicht so haben, das ist das einfach zu sagen. Das ist das einfach so, was ich? Es ist klar, dass ich nicht so sehr, was ich. Ich denke, dass ich das so einfach nicht so machen kann. Ich dachte, es ist ein sehr guter, was ich? Ich würde sagen, dass ich nur ein Person mit einzeln. Ich würde sagen, dass ich mich sehr gut fühle, wenn ich. Ich würde sagen, dass ich nicht so viel. Das ist aber auch sehr gefährlich. Ich denke, dass ich nicht so viel, Arpen. Ich verstehe, aber ich würde es nicht so viel tun. Absolut. Bitte, bitte. Dann muss ich noch ein paar Sachen erzählen. Ich denke, dass es so schön ist und so schön ist. Ich denke, dass es nicht so gut ist. Ich denke, dass es gut geht. Okay, ich gehe jetzt mit dem Eglia-Kouch. Ich gehe jetzt! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie sind die 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 ZDF für funk, 2015 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. gegen das sollte ich alleine kämpfen sei dir bescheuert ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Hey, Loom! Das war's für heute. Das war's für mich. Das war's für heute. Kommt jetzt der... ...Antag? Vulkan? Ja, das war's für mich. Ich habe schon gesagt, dass ich mit Alphen zusammengearbeitet habe. Ja, genau. Ich habe mich über die Informationen geholfen, aber ich wollte mich über den Schion. Was ist das, was ich? Warum hast du mich nur noch nicht教iert? Das war's für mich. Das war's für mich. Ich habe mich über die Zukunft überrascht. Ich habe mich 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 überrascht. Das ist übrigens ein sehr romantischer Ort. Das wäre die passende Gelegenheit, oder? Ja. Ich habe mich überrascht und mich überrascht, zu vielen Leuten zu sprechen. Ah. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht und mich überrascht, und ich habe mich überrascht. Aber ich habe mich überrascht. B Pauere, ich habe mich überrascht. Er ist damals zu erzählen. Das war dasстр mentioned. Gol, es sei denn Ban Botha? ống 자 Drag. Es fällt mir einfach bewusst. Ah, ich hab es schon. Und bin ich als würde, ob wir kennenzulernen Personen zusammen müssen, kann ich darüber hinaus куп chínhstellen. Um das지를jänst, würde ich genau dafür interessiert, Könnt ihr mal aufhören, drumherum zu reden? Ich denke, es ist gut, dass ich mit einem anderen Seite habe. Mit einem anderen Seite? Genau. Das war so. Ich glaube, dass ich nur die Wahrheit hatte. Aber ich weiß, dass Alfen und alle, dass sie sich für ihre Arbeit gemacht haben, dass sie mich sehr glücklich sind. Das war's nicht so, wie es. Ich glaube, ich finde, dass ich das ein bisschen verletze. Ich glaube, aber ich bin sehr嬉しい. Ach, nein... Ich bin sehr嬉しい. Ich komme mit ihm zu reden... Diese Leute, dass ich alle denken, und alle immer an uns zu sehen, dass ich sehr glücklich bin. Ich bin sehr glücklich. Ich bin glücklich. Ohne die Textbox wäre das jetzt ein perfekter Screenshot Was ich? Ich weiß es, dass ich eine Frage darin kann. Ich möchte auch noch etwas sagen. Ich möchte auch noch etwas sagen. Ich möchte noch einen anderen Schlechner kennen. Ich möchte Ihnen das wissen, was ich mit mir im Hinblick auf, ich möchte Ihnen zusammen mit meinen Informationen informieren? Ich möchte noch nicht sagen, ich möchte mich so sagen. Oh, die Bistion war ja richtig kurz. Im Gegensatz zu den anderen. Im Gegensatz zu den anderen. Ich habe mir auch gesagt, was ich an, um die Musik zu den Routen. Ich habe mir nicht gehört, dass ihr nur auf Empfeierungen Entonces ausgegeben soll. Ich bin jetzt wieder ein calmender, das ist der Wurde. Ich muss sagen, der Fotomodus ist sowieso hier mega beschissen. Weil man kann weder eine Cam bewegen, noch kann man irgendwas... Aber ich glaube, da werde ich mit Final Fantasy 7 Remake, das werden wir ja auch wieder spielen. Bevor Rebirth kommt, werden wir es auf jeden Fall spielen. Theoretisch müsste ich mich dann aber mal ranhalten, Final Fantasy 10, 2 und 6 zu spielen. Denn spätestens im Januar sollte ich mit Remake dann anfangen, um vor Rebirth nochmal fertig zu werden. Ich habe ja bis Ende Februar Zeit, also ich denke in meinen 2 Monaten, selbst wenn ich es immer nur an einem Tag spielen würde, könnte ich es schaffen. Wären 8 Final Fantasy 7 Streams, ja. Wäre machbar. Er hat ja aber nicht einen Heiratsantrag gemacht. Wenn ich er wäre. Da hätte ich diesen Moment hier. Schaut euch diesen Hügel an. Die standen hier. Es ist so eine Atmosphäre. Da hätte ich... Da hätte ich... Da hätte ich Shion gefragt, ob sie nachdem das Ganze hier vorbei ist, sich mit mir niederlassen möchte und mich heiraten möchte. So hätte ich das gemacht, also... Aber na gut, den Mut muss man trotzdem erstmal aufbringen. Wo bin ich denn hier eigentlich? Bergvulkan, aha. Gibt es noch so eine gelbe Quest? Nee. Das war die letzte. Das war die letzte.